Hey Freunde, willkommen zurück auf 129.202.127.134, dem Anarchie-Server-Alternativ-Domain-sillyhuhn.com. Schaut doch mal vorbei, Domain und IP-Adresse finden sich auch in der Videobeschreibung. Genauso wie das Video von der 36C3, was wir schauen werden, auf dem YouTube-Kanal media.ccc.de. Ein Video von 2019 mit 98.000 Aufrufen, wie gesagt, 36C3 mit dem Titel Security Nightmares 14 oder X-14, so to say. Ich überspringe mal dieses laute Intro und da würde ich sagen, let's get right into it. Also wie gesagt, wenn ihr das Video im Original schauen werdet, wollt, was ich hier im Hintergrund abspielen werde, deutsch, dann könnt ihr das tun auf dem media.ccc-Kanal, den ich verlinkt habe. Damit ist alles gesagt, dann würde ich sagen, let's go. Ich habe noch nicht reingepickt in dieses Video, vielleicht ist es absolutes Mess, aber let's go. Security Nightmares mit RON und RON! Sehr gut, danke. Nicht zu dunkel, bitte. Und wie eben schon gesagt, wir hätten gerne nochmal das Cyber, das Publikumsgefüß dann mit dem Cyber, 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 Cyber. Ja, wir sind jetzt hier bei der zwanzigsten Ausgabe in Dezimal. Jubiläum! Für die, die Dezimalzahlen mögen. Ich habe das ja fast verpennt. Ich war so am... Letztes Mal haben wir, glaube ich, im Oktalsystem noch gezählt, davor ein paar Mal im hexadezimalen Raum. Und dann fiel mir das eine Weile nicht auf, bis ich dann dachte, oh, 2.0, das ist doch auch irgendwie wichtig. Ja, und deswegen haben wir auch eine 20 Jahre Rückblendung gleich kurz. Aber nur als Ausnahme, das machen wir jetzt nicht jedes Jahr. Wer ist denn das erste Mal da? Ah ja, schön. Okay, wer war... Was war das, ein Drittel? Ja, 20, 25 Prozent. Und wer war beim ersten Mal da? Also für die, die das jetzt noch im Kopf rechnen, also vor 20 Jahren, das war dann der 16C3 im Haus am Köllischen Park. Wer war da? Ah doch. Fünf. Fünf, schau an. Okay. Wer war damals noch nicht geboren? Mehr. Sehr gut. Wir verjucken uns das doch, nicht schlecht. Ja, damals im Haus am Köllischen Park waren insgesamt auf dem gesamten Kongress knapp halb so viele Leute, wie hier jetzt im Saal sind. Genau. Also 1999, vor der Jahrtausendwende, das war die erste Verwendung der Abkürzung 16C3 in dem Jahr. Und es war das zweite Mal im Haus am Köllischen Park in Berlin. Sehr schöne Lokation. Und da haben halb so viele Leute, wie in diesen Saal passend, reingepasst. In das ganze Haus. Und es fühlte sich einigermaßen voll an. Also. Ja, weil man muss halt wissen, das Haus am Köllischen Park, da war ja im großen Saal, haben so viele Leute reingepasst, wie vorher in das gesamte Eidelstädter Bürgerhaus. Ja, kann das mal schnell jemand hochrechnen, wo wir dann in 20 Jahren sein müssen? Aber wir sind jetzt Post-Growth. Also haben wir festgestellt, mit dem Wachstum und so ist es schwierig. Und der Planet ist irgendwann alle und dann, deswegen wachsen wir jetzt lieber nicht weiter. Ja. Wachsen ist out. Und der Kongress war nur drei Tage. Das heißt, man konnte das an einem Stück durchmachen. Wer von euch hat es versucht? Mit vier Tagen? Ja, schämt euch. Die sind jetzt nicht hier, die liegen irgendwo. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal auf einem ersten vier Tage kommt, wie das vorhin gedacht habe, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch ein Anschlag auf die Gesundheit. Ich glaube, diese Korrelation von wir sind auf vier Tage gewechselt und es zört, das massiv gewachsen ist, ist kein Zufall. Aber am Ende ist gut, oder? Vier Tage? Ja. Wer findet es, ein Verbrechen am Hackertum hier schon wieder entlassen zu werden nach vier Tagen? Also die Hälfte. Wer hätte gerne einen Monat Kongress am Stück? Ja. Auch zwei Drittel. Oder so. Genau. Nahtloser Übergang vom Camp zum Kongress? Warte mal. Das ist eine gute Steilvorlage, weil 1999 war ja auch das Jahr, in dem das erste Camp stand fand. Wer war da? Ja, ja doch. Auch fünf. Das sind die fünf, die sich immer melden. Langjährigen Begleiter. Was war das große Thema 1999? Natürlich das Jahr 2000. Wer bereut noch den Ankauf eines Generators? Nein, nicht bereut. Außerdem habe ich nichts dafür bezahlt. Das war sehr lustig, weil die Firma, die ich gekauft habe, auf Rechnung, war im Januar einfach pleite. Wie konnte das passieren? Nächstes Jahr, wo wir dabei sind, ist wieder ein Schaltjahr. Das heißt, wenn ihr vom 28. auf den 29. auf den 1. März irgendwo übernachtet, nehmt euch eine Rolle Klopapier extra mit. Ja, das Jahr 2000 war ja so eines der ersten Themen, wo diese Abhängigkeit von dieser ganzen IT so ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist durch diese ganze Panik. Und deshalb ist es heute nicht so ganz klar, ob das jetzt so Panik war, die irgendwie unberechtigt war oder ob die ganze Panik dafür gesorgt hat, dass genügend Energie und Zeit und Geld reingesteckt wurde, dass es kein Problem gab. Irgendwie ist bis heute so ein bisschen ungeklärt. Und wir schauen alle mit großer Freude auf das Jahr 2038. Was sich ja langsam nähert, so da sind wir jetzt so gucken, das ist also sozusagen 2038 ist näher dran, als die ersten Security Nightmares von jetzt wechseln, ne? Nur so als Referenz. Genau. Ja, und dann saßen wir da alle und haben den Vortrag von Professor Brunstein mit leichten Gruseln, der uns erklärt hat, wie die Welt untergehen wird. Naja, those were the days. Gut, das Erschreckende ist, dass man die Jahre 1999 bis 2019 in einem einzigen Bild zusammenfassen kann. In einem Screenshot. Also bei der Vorbereitung haben wir auch so ein bisschen so davon angefressen, dass wir sozusagen in diesen 20 Jahren keinen wirklichen Fortschritt an dieser Front feststellen konnten. Was wir dieses Jahr ja massiv hatten, sind ja so Ransomware, Ransomattacken, die zum allergrößten Teil immer noch über Office Makros als Infektionsvektor funktionieren. Und das war 1999 nicht anders. Das war genau dasselbe. Zwischendurch war es noch mal ein bisschen weniger, aber inzwischen sind wir wieder genau da. Und so langsam fragt man sich so, ist diese Menschheit irgendwie lernfähig? Also wie viel da draußen von der Wirtschaft würde brechen, wenn man jetzt einfach sagt, okay, liebes Microsoft, so zum Wohle der Menschheit, ihr schaltet jetzt einfach mal Office Makros einfach komplett ab. So, aus. Das Problem dabei ist halt, wahrscheinlich würde wirklich ganz schön viel Bullshit-Wirtschaft brechen. So, diese ganzen Reporting-Sheets und diese 400 Megabyte Excel-Dokumente, mit denen so Großkonzerne betrieben werden, ist kein Scherz. Also so lebende Excel-Dokumente, die halt sich verändern, wenn man irgendwo was reinschreibt, dann ändern sich 15 Schiedsweiter Dinge, und die muss man später auch noch ausfüllen, ist tatsächlich die Realität da draußen, ist also nicht irgendwie selten oder so. Aber es sind alles so Sachen, wo man sich so denken, naja, wenn die weg wären, würde jetzt glaube ich auch nicht allzu viele Leute sterben, glaube ich. Obwohl, keine Ahnung, Krankenhäuser gibt es wahrscheinlich auch Office Makros. Also die sterben dann doch nicht, sondern erst später, wenn die Red sind, werdet da. Ja, da darf man nicht zu viele Scherze machen. Doch, immer Rinden. Genau, also, zum Regelprogramm, die vor 10 Jahren, hatten wir Cloudy Computing angesagt und waren der Meinung, dass Malware und Cloud konvergiert. Für wen von euch ist denn das eingetroffen? Ah ja, 8. Die Ansage war, glaube ich, dass sehr viel Malware in die Cloud reinwandert. Und die Cloud in ihrer eben vielleicht Nichtsicherheit dann zum Problem wird. Tatsächlich scheinen wir etwas anderes zu beobachten, dass es so ein bisschen so aussieht, als wenn nur die Cloud noch das ist, was verteidigt werden kann. Oder zumindest viele versuchen, diesen Eindruck zu erwecken. Tja, dafür sind wir die ganzen Antiviren-Snake-Oils in die Cloud gewandert. Wir verkaufen jetzt ja alle Cloud-Antivirus. Und alle verkaufen Cloud alles Cloud. Ja, das ist eh klar. Stimmt, halbweise, Rückkits hatten wir damals angesagt. Interessanterweise hat mir da darüber diskutiert, wie wir dazu gekommen sind, was daraus geworden ist. Und haben festgestellt, dass klar gibt es, also es gibt halt so Toolkits, mit denen man halt irgendwie so Ausbruch aus, so halbbarweise man vor allem so zu machen kann, die aber in der freien Wildbahn eigentlich relativ selten verwendet werden, weil die Notwendigkeit für so eine unglaublich elegante, fiese Attacke gar nicht besteht, weil der Kram, der in den VMs läuft, in den Virtual Machines läuft, so schlecht ist, dass es gar nicht lohnt, da von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie über den Hutterweiser zu kommen, sondern man geht einfach direkt durch die Vordertür rein. So kann man sich irren, ne? Also optimistische Annahmen über Softwarequalität haben wir, glaube ich, gelernt. Eine Geschichte, dass die Kürzien-Einahmen haben sich nie bewahrheitet. Das stimmt. Die Frage ist, hätten wir das jetzt, wenn es Office-Makros nicht mehr gäbe? Das hier war die Idee, dass man, wenn man so vor seiner Suchmaschine der Wahl sitzt und Fragen stellt und Fragen stellt, dann ist es ja vor allen Dingen auch immer eine, ne, jede Frage an Google ist eine Antwort an Google. Das war der schöne Spruch. Und wie verschleiert man sich denn da? Und ich muss aber sagen, ich habe kein Plugin gesehen, das einfach zwischendurch immer mal nach Britney Spears sucht oder was halt gerade so ansteht, damit man harmloser aussieht. Ich glaube, wenn du heute nach Britney Spears suchst, wurde dir wahrscheinlich irgendwie zarafetisch unterstellt oder so. Es war halt vor 20, äh, vor 10 Jahren die Ansage. Genau. Street View war ein Thema vor 10 Jahren. Das hat Deutschland ja so hart verbrannt, dass Google jetzt lieber gar nichts mehr veröffentlicht und alle anderen da auch eher nicht mitgemacht haben. Was ich den Eindruck habe, aber dass vielleicht nur meine Filterblase, was weiß ich schon, dass das jetzt alle ein bisschen schade finden, dass es alles so vor sich hingammelt, diese Street View Bilder und nichts geupdatet wird. Also ich finde das ja eigentlich ganz interessant so. Also man ist sozusagen so lebendiger Archäologie, ne, man kann halt irgendwie sehen, wie es vor ein paar Jahren da aussah und was sich ja so inzwischen verändert hat. Und, naja gut, ich meine, das Problem ist halt, die Street View war halt damals so state of the art und heutzutage ist es halt so, wir haben jetzt irgendwie, wir haben in der Vorbereitung mal geguckt, so aktuelle Luftbilder in so bekannten Kartenplattformen haben so 10 cm Auflösung. Das heißt also, man ist noch nicht ganz bei Nummernschilder lesen, aber das ist auch nicht mehr so weit weg davon. Und ist auch das eigentlich faszinierende, weil ich mal, ich glaube, das war dieses Jahr, hatten wir zwischendurch die Diskussion, wie ist denn das eigentlich mit Luftbildern? Die werden ständig immer besser. Ja, ich glaube, Bing hatte damit mal angefangen, die haben das dann irgendwie, wie haben die das genannt? Bird View oder sowas. Und Apple nennt das irgendwie Flyover oder so. Und die haben wirklich gute Daten und da ist vor allen Dingen gar nichts verpixelt. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Und dieser Aufschrei, der damals durch Deutschland lief, irgendwie wie ich muss mein Haus verpixeln, das scheint sich über die Luftbilder, ist dann... Naja, irgendwas? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, du siehst in Luftbildern von oben primär, also klar hast du dieses 3D-View, kannst auch so ein bisschen von der Seite sehen, aber du kannst noch nicht so richtig Schrift lesen, also auch keine Nummernschilder, aber du kannst noch nicht so richtig Gesichter erkennen, was beides im Studio ja ging. Und die Algorithmen, die sie da verbauen gerade, zum Gesichter verpixeln und Nummernschilder wegpixeln, die brauchten ja auch erstmal ein bisschen, bis sie dann soweit waren. Und dann gab es natürlich dieses ganze, wie verpixeln mal ganze Laden, Fronten und Häuser und so. Aber ich glaube, die Entwicklung wird ja jetzt relativ schnell gehen, wenn 5G ausgerollt ist. Es gibt so diverse Projekte, die sagen, okay, 5G, viel Bandbreite, da können wir doch eigentlich so 360 Grad rund um Kameras einfach mal so auf Taxis oder Müllautos oder so kleben. Und dann machen wir die ganze Zeit Live-Updates von dem Street-View, weil die werden halt die ganze Zeit über 5G rausgestreamt, dann zusammengestitcht und dann an die Stelle geklebt. Die brauchen natürlich dann auch Algorithmen zum Verpixeln von Nummernschildern und Gesichtern, weil sonst Datenschutz. Und das eröffnet aber interessante Perspektiven, weil dann kann man plötzlich mit diesem, wenn man seinen Laden nicht in dem Live-Suite-View haben will, muss man eigentlich nur die Schriftart für Nummernschilder nehmen und seine Ladenbeschriftung damit machen und dann wird sie automatisch weggepixelt. Genau, das geht dann hin bis zur Nummernschild-Tapete, die man sich dann von außen an sein Haus klebt. Damit es einfach nicht da ist. Also, klar ist halt, das ist halt noch nicht vorbei, es hat jetzt nur geschlafen, ne? Also dieses Live-Suite-View-Ding wird halt kommen, ist relativ unabsehbar. Wir haben sich über die Luftbilder so ein bisschen angeschlichen, würde ich sagen. Genau, die Flashmob-Vermieter sind jetzt Bot-Hörder. Die Botnetz-Bekämpfungs-Bundesbetreuer, das war lustig, das war ja nur eine Ankündigung damals. Das wurde dann irgendwie botfrei.de oder so gestartet, ein Jahr später. Und der Grund war ja, das war damals das Jahr von dem Confica-Virus. Und das hieß, fünf Prozent der Unternehmens-PCs sind verseucht. Und Deutschland war auf dem Platz zwei, weltweit, der Länder mit den meisten Botnet-Infektionen. So, und dann wurden da Dinge getan und ein paar Jahre später war Deutschland dann aus dem Top Ten raus und ist jetzt auch gerade nicht drin. Und dann wurde das so ein bisschen runtergetan. Interessant ist, dass sich Japan letztes Jahr, also wie hat sich die Regierung erlaubt, nach IOTs zu scannen und wohl dieses Jahr damit angefangen. Ich habe jetzt noch nichts über Ergebnisse gelesen. Ich gebe mal an, dass sie auch versuchen, dann Leute, die IOT mit schlechten Passwörtern am Netz haben, zu kontaktieren und so, wie das damals hier gelaufen ist mit verseuchten Systemen. Vielleicht haben wir da nächstes Jahr ein Update. Hat man damals schon, um das Datenschutz, damals ging es um intelligente Stromziele. Mittlerweile haben wir ja so das Phänomen, dass etliche aus der, sagen wir mal, stark Klima- und Umweltbewegten Ecke so ein bisschen der Meinung sind, dass, ja, also wenn wir den damit den Planeten retten, dann ist auch da ein Überwachungsstaat dafür gerechtfertigt, um halt irgendwie die Leute dazu zu bringen, sich halt um mit dem Klima direkt zu verhalten. Dieser Konflikt wird halt nicht weggehen. Also der wird halt auch stärker werden und der wird halt die gesellschaftlichen Bewegungen, die sich halt für die verschiedenen Ziele einsetzen, dazu treiben, dass man sich da auch intensiver drüber unterhalten muss. Also das ist halt so ein Ding, was wir gerade sehen, auch im politischen Spektrum. Bei den Grünen gibt es da durchaus Leute, die irgendwie eigentlich nicht so richtig finden, dass Datenschutz irgendwie ein gleichwertiges Ziel ist. und da durchaus eher geneigt sind zu sagen, so naja, so ein bisschen Überwachung, wenn es den Planeten rettet, ist ja schon eigentlich ganz okay. Dieses Problem werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch mal häufiger diskutieren müssen und auch sinnvolle Wege des Diskurses drüber finden, auch außerhalb des Verhältnisses Staatbürger. Genau, aber mein intelligenter Stromzähler tut immer noch nichts, was wirklich interessant ist. Wir hatten Malware mit Update-Zyklen von einer Woche. Inzwischen sind wir bei einer Stunde oder so angelangt. Das ist, glaube ich, ein anständiger Fortschritt. Was ist das an dem? Malware-Update-Zyklen von einer Woche. Warte, Malware was? Malware selber? Ja. Oder Malware-Programme? Die elektronische Gesundheitskarte ist vielleicht tot. Ihr könnt ja einfach den Vortrag hier vom Kongress euch anschauen und euch dann selber ein Urteil bilden. Ja. Das Internet-Normalitäts-Update wird ganz schnell so ein paar Zahlen in die Runde geworfen. Es gab dieses Microsoft-RBP-Vulnerability-Loop-Lieb genannt worden ist. Als das veröffentlicht wurde, waren meine knappe Millionensysteme direkt erreichbar und vergutbar. Das ist so die Größenordnung, um die es im Moment geht. Obwohl sich auch noch ganz viel Malware fröhlich verbreitet, auch wenn man direkt über ein paar 10.000-Systeme... Leute, ist das eigentlich... Ich check's nicht. Ist das so ein CCC-Meme, die Sachen so anders deutsch auszusprechen? Malware? Ja, ich kann es nicht handeln, Leute. I can't handle it. ...sehen kann. Dann gab es größere Zahlen, natürlich, was so verdient wurde in der Ransomware-Branche. Hier sind Zahlen, das sind, glaube ich, Eigenangaben von den Leuten, die diese Malware hier gemacht haben. Das ist deswegen ganz interessant, weil die lief halt nur so ungefähr 16 Monate und die haben gesagt, sie hätten da 160 Millionen US-Dollar verdient. Spannend ist, dass auf der anderen Seite die Betroffenen sagen, sie hätten, was war das, 2 Milliarden Schaden und die Zahlen passen natürlich immer alle links und rechts überhaupt gar nicht zueinander und dann ist eben die Frage, wenn die sagen, wir haben das verdient, ist das echt Profit nach allen Kosten? Ja, macht ihr dann eine ordentliche Buchprüfung? Oh, der... Was? Ich meine, es muss auditiert werden ja eigentlich, solche Zahlen. Sollte man meinen. Ja, oder haben die aufgerundet oder abgerundet und ist natürlich auch klar, dass die Unternehmen sagen, ach, das war so furchtbar teuer, weil die haben dann noch, was weiß ich, irgendwas neu gemacht bei der Gelegenheit und das dann damit reingezählt, aber, naja, irgendwo in der Größenordnung 2 Milliarden Schaden, 160 Millionen Dollar verdient. wie war denn das bei euch so mit der Ransomware? Wer kennt denn da einen Betroffenen über zwei Ecken? Ach doch, so wenig, das sind ja höchstens 100. und wer von euch kennt Unternehmen, die von Ransomware oder einer Ransomattacke betroffen waren? Deutlich mehr. Und wer von euch kennt eine Person oder ein Unternehmen, die gezahlt hat? Auch schon nicht so wenig. Ja, 15 oder so. Und wie viele Sterne würde die dem Kunden Service geben? 5? Ne, ich meine, ich glaube, die Branche muss ja immer erst mal erklären, was ein Bitcoin ist und so und wie man an einen rankommt und all diese Dinge, die haben ja viel zu tun. Also es ist ja deswegen schon die Frage nach dem Kunden Service. Sind die Daten hinterher zurückgekommen? Genau, bei wem sind die Daten dann zurückgekommen? Also wer kennt jemand, bei dem die Daten zurückgekommen sind oder ein Unternehmen? Ah doch. Ja, der Kunden zu Prog ist ausbaut, finde ich, ihr seht es schon. Es waren deutlich weniger als Betroffener. Das gab ja so Zahlen, hatte ich das jetzt hier. Genau, was ich gefunden hatte, also was mir so entgegensprang, war eine Behörde, ich glaube in Florida, die 600.000 gezahlt hat an Ransom. Es gab andere, die haben 400.000 gezahlt und ähnliches. Hat jemand von einer höheren Summe gehört? Oh fuck, ich habe vergessen, die Dinge zu setzen. Nee, aber ähm, also Menschen, die mit dem Aufräumen nach solchen Dingen beschäftigt sind, berichteten mir unter anderem, dass die zumindest eine Gruppe sich einfach am Umsatz betroffenen Unternehmens orientiert. Also die nehmen halt einfach irgendwie sowas wie ein bis zwei Prozent des Jahres Umsatzes, den sie aus irgendeinem Unternehmensauskunftsregister rausziehen und nehmen diese Pauschale als Ransomforderung. Und, naja, muss man sich mal kurz überlegen, wenn die Produktion stillsteht, so, dann ist so ein Prozent drei Tage Produktionsausfall und da kann man dann schon mal schnell ins Rechnen kommen als Unternehmen. Also, es ist halt durchaus so ein, also letzten Endes ist diese ganze Ransom-Geschichte gerade so ein bisschen so der Punkt, wo viele von den Vorherseiten, die die letzten Jahre gemacht haben, halt einfach geballt eintritt. Weil wir jetzt die Situation haben, wo Post, Post, die Post, war die auch betroffen? Post für euch. Oh, in der Postkarte. Dankeschön. Ja, eine sehr schöne Postkarte. Time travel is not a crime. Ah, die erzählen wir nachher. Diese, diese Ransom-Ware beziehungsweise Ransom-Attacken, weil nicht alles davon ist Ransom-Ware, viele davon sind auch tatsächlich gezielte Angriffe auf Unternehmensnetzwerke, wo man sich dann einlistet, irgendwie einmal quer verbreitet, sich die schwächsten Punkte im Unternehmen sucht und dann genau da zuschlägt, also zum Beispiel bei einem Unternehmen was wirklich viele Sachen verschickt, macht man halt die Auslieferungen platt, damit halt keine Sachen rausgeschickt werden können oder macht halt die Finanzabteilung platt oder was, so was aber mal gerade, wo es halt wehtut. und was da jetzt passiert ist, dass diese ganze man sagt so schön Technical Debt, also der Schuldenberg an unaufgehäumten technologischen Problemen, den so Unternehmen vor sich her schippen, der kommt jetzt halt zurück und wir haben uns ja mal gefragt, warum haben wir jetzt in den letzten Monaten so viele in den ganzen Vorfeld so Gemeinden und Krankenhäuser und Universitäten und so betroffen und dann die Antwort ist ganz einfach da ist es am schlimmsten. Da sind die Ältesten an dieses Thema unterwegs mit und wie den wenigsten Aussichten auf Besserung und ja, das führt halt dazu, dass die natürlich die schwächsten Mitglieder der Erde sind die halt erst nur betroffen werden. Die können natürlich irgendwie wieder zahlen, klar, weil das ist ja wie auch ein Tierbestand und so, aber letzten Endes sind die dann halt auch im Zweifel motiviert irgendwie mit der Zahl zu zahlen. Also diese ganze Ransomware-Nummer und alles folgt jetzt mit der intrinsische Motivation zum Beispiel bei welches das kann man also insofern hat halt möglicherweise auch eine positive Ausdruckung in der Gesamtheit der psychistischen Transkörper-Nemoration oder die Infektion steigt über 3,5% die Wachbau und die Gremien steigen auf. Apple ist jetzt auch nochmal eingestiegen mit 1,5 Video für IOS Zero-Click dann hatten wir in diesem Jahr 19 Zero-Days ein bisschen unaufgeschafft haben Was war denn dieses Jahr 19 oder? Achso Wie ist es hier? Das war das im Einzelnen Geschäft die 6 3 3 halt ne Scheiße Aber vielleicht nicht so sehr wie 2017 oder 19 22 Der durchschnittliche Cyberschaden in Deutschland liegt in 2 Millionen Euro und was ist das für ein Schatten was ist das für ein Schatten da seht ihr das Gott ist da weg sagen muss so die beachtet und die anderen lesen nicht oder genau die Zahlen sind genau Ja Ja Das ist so eine Zahl die halt immer so ganz aus der Welt kommt insbesondere diese acht deutschen firma oder die Sachen schaden und selber vor in Deutschland sind keine Ahnung so zweischnellige Mehreren Zeit dann muss man es herrschen aber haben die Rechnung denn nicht und da gibt halt und haben sie die Makros eingeschaltet oder nicht Ja und ist es dann eher spannender zu gucken was 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 steht da sonst noch drin und spannend war eben dieses dass die Rufe in der Industrie wohl größer werden da kann mal jemand sich der Staat regulierend eingreift und wir haben uns unterlegt das ist vielleicht dann auch einfach die Verzweiflung der Sicherheitsbeauftragten in den Firmen die einfach merken sie kriegen das Geld nicht vom Vorstand oder von wem auch immer und schauen so neidisch in branche reguliert sind weil dort mehr verbaut werden darf muss kann und hoffen dann auf mehr Regulation die wir werden sehen gut die Jahresrückschau da müssen wir jetzt ein bisschen durchstressen glaube ich kammergericht berlin und vieles die mussten also krass die fax entstauben ich glaube die mussten die nicht entstauben die sind da super gewartet also ich meine so wenn da so die Justiz die jetzt mit einer einling und gewartet wird wenn man ein staub ist dann ist der fax gelegt oder ich glaube die haben halt einfach eben nicht in einem stapel Papier oder die vielleicht ein paar das Papier daneben und das ist so ein bisschen zugestellt dann muss man sich hier nachschauen dann war es so was ja also es gibt ja diesen blöden Spruch von den Anwälten dass erst die elektronische übermittel von Dokumenten es möglich gemacht hat dass diese Schriftsätze so eskalieren in ihrem Umfang weil vorher gab es halt einmal das Problem dass man hier rechts durchkriegt und dann gab es natürlich in den 400 Seiten man dann also eine halbe Stunde durchkriecht drei nach dem Motto wenn ich mich kurz passe kann ich später abgehen genau ah das sind die andere Maschinen die fällt nicht so richtig weg ne also wir haben halt irgendwie in der Schweiz den Versuch gehabt der dann klärklicken gescheitert hat dass auch dank der politiven Arbeit der Schweizer und ZWC Mitglieder vor uns Applaus Applaus und dieselbe Firma die Spanische Thomas Keitel dann die ist halt so das sind halt so Zombies ne also die gehen halt nicht weg die machen halt dieses dieses Web-Server basierte Entvoting und haben dann auch bei der SPD die Mitgliederbefragung gemacht wo es halt auch von unserer Seite aus natürlich intensive Kritik dran gab und die wurde dann von der SPD immer so abgebügelt ja das ist ja keine richtige Wahl ist ja nur eine Befragung der Mitglieder die der Parteifaktor noch mal umsetzen oder so das wird halt auch im Deck gehen also die Länder weiter richtig gegenstatt gehen dann muss man ein gutes Auge drauf haben weil so langsam stellt sich dann auch eine der weiteren Vorhersagen raus dass die stimmte nämlich wenn man digitale Wahlen hat oder elektronische Wahlen hat die ist der Nachweis dass nicht gefälscht wurde quasi nicht möglich und genau das haben wir gerade in Bolivien gesehen so in Bolivien Ecuador Bolivien okay Bolivien ist der Präsident gestürzt weil die halt dann eine Wahl durchgeführt haben unter anderem mit ja digitalen Systemen und dann hat irgendjemand Wahlfälschung gesagt und dann konnte niemand sagen nee da war keine Wahlfälschung ging halt einfach nicht so es gab dann so ein Audit und dieses Audit hat festgestellt dieses System ist so kaputt wie alle anderen Digitalwahlsysteme auch und daraus wurde dann so ein Narrativ von ja wir wissen jetzt dass da gefälscht wurde das heißt digitale Wahlen einsetzen bedeutet in dem Augenblick wo irgendjemand hinterher sagt Wahlfälschung hat man eigentlich schon verloren ja und dann diese faszinierende Thematik mit den mit den Ring Kameras und natürlich einmal das Thema der Passwort Qualitäten und Software Vulnerabilities und ähnlichen Geschichten Vulnerabilities was in den USA passiert dass da es so eine unheilige Allianz gibt zwischen den Polizei lokalen Polizeidienststellen und dem Hersteller wenn ich das richtig verstanden habe und dann man sozusagen dazu gebracht wird der Polizei Zugriff auf die Kameras zu geben wobei man da auch sagen muss was da absehbar ist ist dass es zu so einem sozialen Druck wird also in den USA gibt es ja diese Neighborhood Associations das heißt in diesen Vorstädten in den das was Situierten gibt es quasi Vorschriften darüber wie man sein Haus seinen Garten und so weiter zu gestalten hat damit der Wert der umliegenden Grundstücke nicht sinkt also man darf sein Grundstück nicht irgendwie anders machen oder so ein bisschen den Rasen länger wachsen lassen weil dann damit beeinflusst man den Wert der nebenliegenden Häuser und das geht halt nicht und da ist halt vollkommen absehbar dass es relativ bald soweit sein wird dass diese Neighborhood Associations sagen okay übrigens wir sind eine Ring Neighborhood wir haben alle diese Kameras an der Tür und die gehen auf unser örtliches Polizeidepartement und dann kann man sich die Black Mirror Szenarien die daraus folgen halt natürlich gut ausmalen so von da rennt jemand weg und die Kameras in der Neighborhood gucken halt ob das Gesicht in dem und wo gesehen oder so weiter so vor und so heißt diese Kameras die direkt in die Krauts gehen das ist ein Problem was wir nicht im Auge halten müssen deshalb wir haben immer davor gewarnt schon lange dass es passieren will jetzt passiert es tatsächlich also wir haben zum Beispiel in immer sehr andere Raum gibt es Unternehmen die machen es so die kaufen in eine Kamera die Kameras filmt in die Klaus die schneidet aus allen Videofiltern alles aus aus was die Gesicht aussieht schickt es in die Klaus und wenn die dann wird jemand erkennen und dann sagen okay der ist schon mal als da und dann rechtlich verordnet oder so kriegt der Schockgesetze auf sein Telefon eine Message gespeichert und dann diese Person die wir gerade in dem System gesehen haben ist woanders schon mal als recht oder als am Auge oder als oder hilft das bei der deutschen Aussprache weil ich merke oft wenn ich sage streamt und nicht streamt dass ich dann anfange die deutschen Wörter englisch auszusprechen und dass dann Käse passiert vielleicht ist auch so ein life fact dass man wenn man deutsch redet alles deutsch ausspricht keine ahnung aber ja natürlich kein hate wenn ich das immer wieder wiederhole aber ich muss halt gegeln was ist da los das geht gelt natürlich hat der staat auch das gut und diese daten und noch selbere daten in die gesicht erkennung das ist vollkommen egal solange das system halt so aussieht als wenn es einen mehrwert bietet und diese diese form von integration von staatlicher überwachung und privater überwachung mit den konzernen die technologie bauen die sich zu so einem konglomerat zusammenfügen die werden wir immer mehr sehen da müssen wir uns auch dran gewöhnen mental dass dieses staat versus industriedenken einfach nicht mehr funktioniert es wird zu einem konglomerat werden genau dann wird es uns vielleicht nicht retten wenn die sicherheit so schlecht ist dass man dafür sorgen kann dass in jedem zweiten bild damit auftaucht datenreichtum ja jede menge datenreichtum in diesem jahr ist eh klar bemerkenswert vielleicht zwei dinge nämlich einmal dass sie 30 terabyte daten bei den top 3 antivirus herstellern ausgetragen haben was ja schon mal wirklich anständig ist ob sie ihre eigenen produkte nicht verwendet haben vielleicht war die lizenz abgelaufen ja das andere was ich einigermaßen irre fand war dass da ein paar sicherheitsforscher einen datentopf gefunden haben der nicht ordentlich gesichert war da waren also daten drin von 80 millionen us haushalten so richtig anständig mit geburtsdatum und adresse und gps daten und einkommen und so zeug und das lag wohl in einer in einer microsoft wenn man da noch wenn man da noch mending drauf klatscht funktioniert die dann wieder das ist die frage ihr wisst ja ich habe einen wending auf dem schuh ähm alter effizient c2 eisen so gut erhalten von dem zombie leute was ist denn hier los schichte rum und sie konnten anhand der daten nicht feststellen dem sie gehören ja das das war einfach so das ist irgendwie daten halt große datei wir haben das format auch auf ihrer webseite veröffentlicht und so mit schmerzungen und dann aufgerufen ob ihnen nicht jemandem helfen kann das zu finden und das einzige was passiert ist dass microsoft hat dann schnell den server abgeschaltet und wohl auch demjenigen bescheid gesagt den sie für diesen server die rechnung schicken aber natürlich nicht gesagt wer es war so das heißt die frage ist noch offen und das wird häufiger passieren ja also davon können wir mal ausgehen dass das häufiger passiert dass die Daten auftauchen und dann alle sagen ob das könnte einer bank gehören könnte nicht könnte eine steuerberatung gehören könnte nicht ja also vielleicht wird das auch ein neuer klassiker ja das so ich meine wie kommt sowas zustande da braucht irgendwie jemand noch ein bisschen backup space und die IT hat gesagt das neue wird erst fertig in vier wochen und dann sagen die aber unsere deadline ist nächste Woche das machen wir wir kriegen uns irgendwo ein bucket dann laden wir das dahin crypto brauchen wir nicht weil machen wir nur zwei tage und die brauchen wir auch nicht weil dann dauert es ja länger und wir löschen dann ganz schnell und freitag abend sagt dann einer hat die daten schon gelöscht nee mache ich gleich dann kippt ihm der becher auf die tastatur dann ist was an und beschäftigt dann macht der urlaub und ist weg und die daten bleiben dann so und je nachdem was das dann für eine kreditkarte ist merkt es irgendwann jemand oder auch nicht und so wird noch viel weg kommen und so oft wird man nicht wissen wer war ja das der dinge die die auch die charakteristik offenbart haben die diskussion hinterführen in verschlüsselung der momentan das passiert läuft unter dem stichwort verantwortungsvolle verschlüsselung oder auch das und hier geht halt so dass die behörden sagen wir wollen jetzt nicht dass die verschlüsselung schwächer wird weil die chinesen und die russen aber wir möchten gerne dass firmen die verschlüsselung verwenden also die großen tech konzerne so bauen dass man im zweifel noch einen zutzen zu verschlüssel hinzufügen kann der dann für die strafe verfolger für die behandling ist und individuell jeweils beziehungs wird wenn die notwendigkeit besteht und am besten gar nicht irgendwie extra speziell bauen sondern einfach sagen okay wenn du halt einen google account hast der sowieso verschlüsselt ist dann tu halt noch einen weiteren schlüssel dazu und dann kriegt die google account wo die daten reingespiegelt werden so sagen einfach diese diskussion wird in die usa radikal geführt von seiten der der staatsvertreter die also dann sucht die vertreter von den techfirmen die so die kristol auf die aus bitt sind also ihr kriegt auch sonst alles hin ihr müsst euch jetzt was ausdenken macht mal dass es so ist wir wollen es ganz unbedingt nein wir wollen keine anderen wollen nichts hören dass es schwierig ist oder halt und zwar mit zeitansagen also es gab eine anhörung rechtsausschuss vom us-senat es wurden gegrillt die firmen apple und facebook und ich weiß nicht ob noch jemand anders da war und die ansage war relativ klar also was heißt relativ klar die war so richtig glasklar denn ihr das bis nächste jahr also same time next year nicht euch was überlegt haben dann regeln wir euch also wir sind ja dann wieder da same time next year und dann sehen wir ja mal was dabei raus gekommen also die Diskussion läuft in Deutschland auch das ist ein international trainierter push zu den schwachen von der kann in Deutschland wird versucht die Umsetzung unter Annahme über den gesetz zu machen dass also die jeweils nationalstaatliche Ausprägung aussieht wie die Firmen halt irgendwie getrunken werden sollen dahinter für Optionen einzubauen ist verschieden also zum Beispiel keine Ahnung wenn man halt die schäffert dann soll vorgesehen werden dass hier ein zusätzlicher teilnehmer zu dieser kommunikation hinzu wird und dessen schlüssel mit in die kommunikation kommt sodass es halt dann ein kürzliches schäffert verlauft weil die teilnehmer auf deren halt eine spannung vor nicht und die problemlage die sich darstellt ist natürlich dass es über kurzer lang dazu führen wird dass verschlüsselte kommunikation von kommerziellen unternehmen die diesen rechtlichen regularien unterliegen nicht mehr als wirklich Ende zu Ende sicher angesehen werden kann also wenn man halt diesen regularien unterwirft wie wenn man zum Beispiel Kette oder Google oder was auch ist und halt unter diese Grenze von einer Millionen User die da diskutiert wird also da dubefällt dann ist es diesem unternehmen nicht mehr rechtlich möglich vertrauenswürdige kommunikation zu bauen das das einzige was da noch geht ist freisoftware benutzen eigene dienste benutzen eigene systeme benutzen oder halt und zwar die von unternehmen die noch so klein sind dass sie halt unter die schwelle fallen so das heißt dieser zustand den momentan haben dass wir ubiquitäre Krypto überall drinnen haben der ist dann zwar besser geworden dankes noten so aber die geben sich halt nicht damit zufrieden auf der startseite die wollen die kommunikation lesen können und dass ihr momentaner push ist gerade diese hintertür geschichte als verantwortungsvolle verschlüssel ganz schnell noch das bemerkens werde ich auch furchtbar auf die tue drücken eigentlich man kann doch mehr lernen auf eine Art aus den reports von den reaches die es jetzt von einigen gegeben hat als gefühlt in den vorjahren von daher wenn euch das interessiert dann googelt das immer mal mit den dach googeln ja equifax data breach report und solche solchen sachen das ist schon zum teil sehr spannend weil sie auch zeitlinien machen andere firmen haben ja gemerkt dass es gut ist für das marketing und fürs mitleid bei den kunden und zulieferern wenn sie offen mit der situation um gehen und erzählen ein bisschen wie sie sich dann wieder aufgestellt haben nachdem das cyber einmal durchs netzwerk gefegt ist und so das kann schon sehr spannend sein es gab diese super krasse ios sicherheitslücke also eigentlich nicht ios oder bootloader bootloader checkmate den apple wohl nicht patchen wird können und der erst gefixte ist ab irgendwie iphones 11 oder sowas und das ist dann natürlich schon ziemlich bitter aber auch das wird nicht das letzte mal sein dass sowas passiert das hält alles immer nur eine gewisse weile die die nächste diskussion die wir am start hatten zum teil auch sehr keine ahnung schon fast emotional geführt war aber dieses thema dns over https aus meiner sicht ist das so ein bisschen wie dieses thema tls forward secrecy crypto wird besser oder überhaupt die kommunikation oder so von daten wird besser sachen werden verschlüsselt dann gibt es erstmal ganz viele die sagen ach doof dann muss ich irgendwas neues kaufen um mitlauschen zu können und ich brauche das doch für die security und dann gibt es natürlich die die das doof finden weil sie das brauchen weil sie die daten meinen boah leute aber ohne ohne jokes jetzt mal hier wenn ich mir noch weiter in diese talks reinziehe dann kann ich plötzlich kein englisch mehr sprechen ich sag's euch dann kommt wieder der härteste beerlang akzent bei mir durch der eh schon präsent ist und da könnte man security räti vielleicht für werbung und andere sachen das ist gerade bei dns bei den internet providern in den usa wohl sehr weit verbreitet in deutschland darf man das nicht haben also die telcos dürfen es nicht sagen es so und ja aber natürlich ist es für firmen ist es mehr nur ein ärgernis die können sich darauf einrichten und dann Dinge regeln über Policy Software Verteilung GPOs und anderes die die schlecht dran sind sind die Datenhändler das ist sicherlich super und die die schlecht dran sind erstmal sind die Regierungen die mit lauschen wollen und das führt dann eben zu mehr Druck bei der Diskussion die wir eben gerade hatten ja gut eins wurde ich ganz kurz eingeworfen haben der erste Rückruf von der FDA von einem Stück Medizintechnik wegen Sicherheits Vulnerabilities war 1907 Entschuldigung 2017 also vor zweieinhalb Jahren das irre ist immer wie lange das dauert diese Funk Insulin Pump um die es hier gerade geht die jetzt wo es einen freiwilligen Rückruf gab da mussten die Sicherheitsforscher 2,5 Jahre zweieinhalb Jahre dranbleiben an dem Thema bevor dann was passiert ist und immer nachlegen Wahnsinn und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs man weiß überhaupt nicht was da nicht noch eigentlich zurückgerufen werden sollte müsste ansonsten beobachten wir stark das Thema Automation und Arbeitsteilung und Spezialisierung bei den ganzen Malware Produzenten also die Industrie schraubelt sich da fröhlich hoch und Frank hatte ja gerade gesagt die Schwächsten werden dann so rumgefahren wobei wie gesagt Merck ja eigentlich nicht zu den Schwächsten gehört aber die alles auch sehr erwischt hat und dann gehen die Firmen natürlich los und schauen sich das an und sagen so was brauchen wir jetzt ok wir brauchen bessere Backups ok wir müssen schneller Systeme wiederherstellen können ok wir brauchen ein Active Directory im Schrank oder so dass wir dann schnell rausschmeißen können und so weiter und dann kann man sich vielleicht fast hinstellen als unternehmen und wenn man so einen kleinen Ransomwerbefall hat oder einen mittleren einfach sagen ich zockne nix und das kriegt die Branche aber auch mit und das führt jetzt zu einer Steigerung von Ransom zu Blackmail was passiert ist bevor sie die Platten verschlüsseln tragen sie erstmal die Daten raus und sagen dann halt nicht nur guten tag irgendwie wenn sie ihre daten wieder haben wollen dann hatten wir gerne ein paar bitcoins oder so sondern wenn man sagt sie ach nee ich habe backups alles gut dann sagen sie ja wir haben auch backups und vielleicht interessiert ihr auch noch andere Leute was in diesen backups steht und was sie dann also machen ist so ein bisschen so eine Tröpfchen foltern also die lassen so nach und nach immer mehr Details raus bis dann das entsprechende Unternehmen halt der meinung ist dass man die dann könnte doch vielleicht zahlen das wäre doch irgendwie besser das hat man ja durchaus ein traditionelles geschäftsmodell das auch schon mehrfach Anwendung gefunden hat aber was jetzt wiederkommt als bestandteil dieser ganzen Ransom Schichten das überspringen wir mal schnell ja ah Metadaten klicken und genau was bemerkenswert ist dass man inzwischen Produkte findet die mehr als eine Hintertür haben weil die bei der Herstellung des Produkts mehr als einer beteiligt war der eine Hintertür eingebaut hat also sozusagen der Bestandteil der Wertschöpfungskette die mehrstufig ist sowas wie Chipset Hersteller, Firmware Hersteller, Geräte Hersteller hinterlässt halt jeder sozusagen seine Duftmarke in Form eines Hardcode Passworts Wer mal Spaß haben will dem empfehle ich mal so auf irgendwie einer beliebigen Online-Handelsplattform mal so ein paar chinesische IP-Kameras zu kaufen so in der Kategorie so unter 50 oder um die 50 Euro und sich dann da mal hinzusetzen das ist ein sehr schönes Reverse Engineering Anfangs-Target da findet man in der Regel halt so mehrere Hardcode Passworts und irgendwie nach Hause telefonieren und seltsame Dinge die in LTP-Paketen drinstehen und so ist sehr unterhaltsam also es ist wirklich viel Unterhaltung für wenig Geld und man lernt auch eine Menge dabei unter anderem genau dieses Wertschöpfungsketten-Ding also sowieso sollte man tatsächlich mal machen so also bleibt bei euch im Hackerspace so pickt euch mal irgendwas so aus der Spielzeug-Geld-Kategorie und dann nehmt es auseinander das ist immer highly entertaining Kommen wir zu der Vorhersage die Wettervorhersage ja ein kurzer Hinweis wir hatten das letztes Jahr schon gesagt das ist alles was euch verraten kann wird euch verraten alles kriegt jetzt einen Chip alles kriegt Speicher alles zeichnet alles auf alles hat immer mehr Sensorik und da wird es dann auch Hardware geben die irgendwie aufzeichnet irgendwie bei welcher Temperatur ihr den Akku geladen habt oder eben nicht geladen habt und solche Dinge und ob es zu warm war oder zu kalt war und das wird bestimmt einer versuchen gegen euch zu verwenden und wie man sagt nein keine Gewährleistung weil die war zu warm war zu kalt dem Akku ist zu kalt geworden so der Klassiker bei UpExner also war so ein modernes Fleck hat und es stand halt draußen bei minus 10 und danach will der Akku nicht mehr dann sagt dann der Händler so ja kann ich da ein Angebot für einen neuen Akku machen aber garantiert das leider nicht mehr und das ist natürlich blöd aber das sind ja nur Daten da kann man ja möglicherweise was dran tun dafür braucht man halt den Blockfallfriseur ja was wir beobachten was sich 2020 auch schon weiter verstärken wird ist so die Aufteilung des Marktes für insbesondere Geräte nach so Datenschutzgeschäftsmodellen da gibt dann so das untere Ende das sind dann halt so insbesondere so super billige asiatische Endgeräte die haben Datenschutz noch nie so gehört sondern die refinanzieren die Preise die niedrigen Preise für die Geräte durch vorinstallierte Apps das heißt das Modell ist man hat so ein Telefon dieses Telefon kostet überraschend wenig Geld auf diesem Telefon sind irgendwie 30 Apps vorinstalliert jeder der diese einer von diesen Appbetreibern hat irgendwas zwischen irgendwie 20 Cent und 5 Dollar bezahlt für diese Vorinstallation auf diesem Telefon die Apps sind halt in der Regel System-Apps das heißt die haben zugrunde auf alle Sensoren alle Daten und monetarisieren dann halt die Daten direkt aus dem Telefon das heißt da ist dann keine Plattform mehr dazwischen oder so sondern das machen die Apps dann direkt oder bauen ihre eigene Plattform damit das ist so das untere Ende und dann gibt es halt so das obere Ende die sagen so okay so a la Apple wir wollen deine Daten nicht weil wir haben dein Geld schon und so ne also die hardware war so teuer dass irgendwie die 100 Dollar die wir noch aus den Daten ausbringen können das lohnt dann halt nicht und dann gibt es halt noch so den so alles so dazwischen so diese Graustufen so wie Google bei den Pixel phones die sagen schön wir haben dein Geld für die teuren Telefone jetzt wollen wir auch noch ein bisschen was aus deinen Daten rausbringen und machen wir wollen auch noch alle deine Daten aber mach dir keine Sorgen we will do no evil genau die sind nur für uns das ist nur so und diese Ausdifferenzierung nach Datenschutzgeschäftsmodellen werden wir nächstes Jahr auch noch verstärkt sehen da lohnt es auch genauer hin zu gucken um so ein bisschen zu verstehen was so die Datenschutzökonomischen Grundlagen der einzelnen Hersteller sind ja und die traurige Wahrheit ist aber natürlich dass es wird da auch welche geben die werden behaupten sie hätten Datenschutz und wären deswegen teurer und haben gar nichts ja bei Heise gab es ein paar Artikel über einen Hersteller von Kinder Smartwatches und da fällt einem nichts mehr zu ein wenn man das liest wie die damit umgehen was ihnen da berichtet wird über ihre eigenen Produkte und was sie dann alles nicht tun Wahnsinn die Cloud kriegt jetzt alle Daten frei nach dem Motto nur da sind sie sicher und wird damit natürlich dann zum Single Point of alles mögliche inklusive der eben zitierten Blackmail genau und da kann man dann halt also nehmen wir mal an als Ransom-Gruppenbetreiber findet man so eine Firma die halt so einmal Türschlösser betreibt die in der Cloud hängen und die haben so keine Ahnung 500.000 Kunden oder sowas und man macht die halt auf und dann kann man sagen so ja also wir könnten uns jetzt überlegen ob bei allen Kunden die Schlösser aufgehen oder kaputt gehen oder zu bleiben oder kaputt gehen und dann kann man da so ein ausdifferenziertes Preismodell machen wir haben uns gefragt ob im nächsten Jahr der erste große Fall von Api Obsoleszenz vorfallen wird ähm das ging los weil ich in der Familie so Anfragen hatte ich weiß nicht was Obsoleszenz heißt äh ist wortsätlich wird das nicht auf dieses Jahr ich muss kurz das Wort Obsoleszenz nachschauen Leute und ja ich bin außer Atem äh 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 ähm ok dann schauen wir mal Obsoleszenz nach Ops 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 The state of process of becoming obsolete Ja, okay, das macht Sinn. Obsolid ist halt nicht mehr benötigt oder so, ne? Äh No longer wanted Okay, erster großer Fall von API Obsoleszenz Wäre, dass man APIs nicht mehr brauchen würde Soweit ich das verstehe, Leute What do I know? Wenn ich noch ein iPhone 4 habe Oder Android whatever Und die Antwort immer ist doch egal Aber das sehen ja viele Leute nicht so Und da habe ich mich dann gefragt, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Realität Und die Realität scheint zu sein, dass sie da halt bestimmte Dinge dann nicht mehr unterstützen wollen Von bestimmten Plattformen und keiner will mehr 16 Bit machen und dieses und jenes Und wird das dann heißen, dass in dem Moment, wo die irgendwas an ihrer API machen müssen Aus Sicherheitsgründen Äh, dass dann plötzlich irgendwie ein paar Millionen Endgeräte nicht mehr Ticken Weil es keine Updates mehr für diese Geräte gibt auf die neue API Version Ja, und dann haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht Nö, wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich werden sie sich das schlicht nicht trauen Sondern irgendwie versuchen das auf der Serverseite so zu machen Dass sie die alten Geräte noch an die alte API lassen Und die neuen Geräte an die neue API Und dann versuchen die Dinge irgendwie wegzufiltern Und sonst wie irgendwas irgendwas Weil eigentlich hatten wir das ja schon bei SMS Gab es ja auch genug Probleme Die dann im Netz gelöst wurden Und eben nicht durch Updates der GSM-Telefone oder ähnliches Ja, also vielleicht wird dann nichts passieren Am Ende, ähm, oder was heißt da Also, es gibt jetzt bei den Datenbergen Also bei den Daten, die wegkommen werden Zwei Baustellen, die sich weiterhin verstärken Und es ist einmal dieses Die offizielle Digitalisierung, die stattfindet Ja, und ich meine, wir haben vorhin über die Elektronische Gesundheitskarte gelacht Aber, ähm, da gibt es ja auch andere Dinge Wie, äh, das, das, äh, besondere anwaltliche Postfach Äh, das, äh, dafür sorgt, dass Anwälte jetzt eben Noch mehr digital machen können Und noch weniger Faxen Und noch weniger per Post schicken Und ähnliche Dinge Und, äh, dann ist noch dazu gekommen, äh, das besondere Notarpostfach Und die Zitate, die da, äh, in den Medien zu lesen waren Die ziehen einem immer den Boden unter den Füßen weg, aus meiner Sicht Ja, also da hat dann mal ein Journalist, äh, freundlich gefragt Oder ich glaube sogar jemand aus der Politik oder so, äh, ob man da ein IT-Security-Audit gemacht hätte Und dann wird geantwortet, dass man dazu keine Veranlassung sieht Weil die Hersteller sind nämlich vertrauenswürdig Und, äh, also das ist halt so, äh, also wenn man es mal so zusammenfassen will Die Digitalisierungsstrategie von heute ist der Datenreichtung von morgen, ne? Und wer von euch arbeitet denn in einer Institution oder Behörde oder Unternehmen, das gerade ganz viel damit zu tun hat, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln? Ach doch, ein Drittel Ja, doch, ganz schön viele, so Also, eine Digitalisierungsstrategie scheint irgendwie tatsächlich so ein Ding zu sein, so Und wer von denen, die jetzt sich nicht gemeldet hat, äh, findet denn, dass ein Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie haben sollte Und damit aber noch nicht mal angefangen hat? Zehn Prozent? Mhm Ja Ja Na gut Ja Also das, ne, die, die, äh, die Wahnsinns, also wenn man da so einen Wahnsinnsansatz hat, wie, äh, wie gerade gesagt, ja Ich würde mal gerne sehen, wie groß da das Publikum ist, aber schon groß wahrscheinlich Dann ist klar, wie es kommen wird Das ist die eine Seite, die andere Seite ist die, sind die unsichtbaren Datenberge der Schattendigitalisierung Gruselt's euch schon Damit ist eure Tante gemeint Alle Menschen, die Digitalgeräte benutzen und keine Ahnung davon haben, was sie damit tun Und trotzdem eure Daten dabei irgendwie verarbeiten, verteilen, teilen, hinterlassen Das ging halt los mit der Digitalfotografie, wo man irgendwie, ne, Fotos macht, Fotos macht, Fotos macht und hinterher nicht ausmistet Sondern das einfach irgendwie auf irgendeine Platte schmeißt, die man noch rumliegen hat Und die Platte ist dann irgendwann am lokalen Netz und irgendwann synkt sie sich durch irgendeinen kleinen Fehler in die Cloud Da bleibt es dann auch liegen, wenn der Hersteller sein Geschäftsmodell nicht ändert Und, ähm, ja, dadurch, dass halt Speicher immer billiger wird Das findet ja nicht nur im Privaten statt, das findet auch in jeder Firma statt Dass man immer mehr Daten abspeichert, ablegt und sich dann hinterher nicht ums Aufräumen kümmert Weil es ja einfach nicht sichtbar ist So, und, genau, da werden noch unglaubliche Dinge zusammenkommen Genau, wenn es dann einen kleinen Staudammbruch am Datensee gibt Ne Data Lake, schöne Sache, ne? Überall in der Industrie gibt es Data Lakes Wo die halt einfach mal alle Daten gesammelt haben, ohne sie wegzuschmeißen Und hofften irgendwie, dass jetzt mit Machine Learning man irgendwie aus diesem Data-Weg halt irgendwie was extrahieren kann Und stellen dann immer fest, dass leider die Daten darin nicht so gut brauchbar sind für viele Zwecke Aber die liegen halt trotzdem weiter rum, weil, hey, könnte ja irgendwann mal was passieren, was man damit machen kann Und, äh, genau, das beliebte Format Geschäftsfelder Ähm, bitte? Ja Ähm, die, die Geschäftsfelder Oh, da ist ein Outpost Also dann gab's, dann hat jetzt jeder einen Cyber Und es haben mehr Firmen einen Cyber als noch im letzten Jahr einen Cyber Und inzwischen hat die Industrie verstanden, dass man da natürlich helfen kann Und es gibt irgendwie Incident Response und Emergency dies und Emergency jenes Und Leute, die man anrufen kann, wenn man einen Cyber hatte Und dann helfen die einem das auszutreiben Und da hängt ja noch viel Wert an Also da können auch, also da muss man ja auch nicht ITler sein, um da mitmachen zu können Also Cyber-Notfallseelsorge zum Beispiel Für Leute, die vom Cyber betroffen sind, ist auf jeden Fall ein Geschäftsfeld was boomt so Also wenn man sich so ein bisschen anekdotisch umhört in der Branche, dann haben da durchaus, sind da durchaus Leute Und dann haben sich halt, äh, sich, äh, um die, äh, professionelle Hirnwartung nach Cyber-Vorfällen kümmern müssen Datenverlust-Bewältigungsstrategien So was Ja, digitale Trauer Wie, wie, wie sieht das aus? Kann schon wehtun, ne? Kann, kann wehtun, so lustig es klingt Ja, inklusive Destrukturierung hinterher Ähm, ich meine bei Mersk haben sie gesagt, naja, da war halt die IT dann weg und die E-Mails gingen nicht mehr Und dann sind wir halt alle zu WhatsApp migriert Und haben uns da dann organisiert, ja? Und, und, äh, dann haben wir da Gruppen gemacht und in den Gruppen haben wir dann, äh, versucht das Geschäft zu organisieren Ja, und hinterher haben wir uns vor dem Einschalten von der E-Mail überlegt Das ist vielleicht unsere neue Firmenstruktur Die WhatsApp-Gruppen, ja? Sie haben nicht gesagt, ob alle, die nicht in einer WhatsApp-Gruppe waren und dann hinterher entlassen wurden Ja, äh, ja, also da hängt, hängt noch viel dahinten Was man da auch hat, ist natürlich das Problem, wie vermittelt man so Cyber-Probleme, ne? Also die meisten Menschen sind davon überfordert Für die sieht das sowieso aus wie Magie Es gibt keine wirkliche Möglichkeit mehr, das so richtig zu erklären Im Detail, weil es zu komplex geworden ist Man kann nur noch so irgendwie komische, verallgemeinernde Analogie finden Und dann kann man eigentlich auch so richtig all-in gehen und sagen, okay, wenn die Technologie schon aussieht wie Magie Dann kann man sie auch erklären wie Magie Und weil so mit Fantasy-Magic so, kennen sich ja sehr viele Leute aus Und haben da so eine Begrifflichkeit von so Und wenn dann... Ich hoffe, Levi steckt jetzt nicht in dem Stein Dann hat sich da halt irgendwie so eine Ransom-Gang eingetreten Die irgendwie in dem System persistent geworden ist Und da sich lateral durchbewegt hat, dann heißt das dann halt in Cyber-Fantasy übertragen Dass Dämonen haben die äußere Burgwauer durchbrochen Sie wohnen jetzt in unseren Katakomben Sie können überall hochbrechen in unsere Räume Und wir brauchen jetzt Menschen, die diese Dämonen in die Katakomben jagen gehen Ja, so, nehmen wir so als Vorschlag Und dafür brauchst du natürlich Profis, die solche Geschichten erzählen können Und sie so übertragen können, dass man halt irgendwie... Äh, sie dann halt der Geschäftsführung erklären kann Genau, und... Wirst du meine Lava, wenn man sie mal braucht Du musst jetzt... Ihr müsst jetzt bei Sonnenaufgang mehr Cyber-Gänse schlachten Ja... Aber nur bei Vollmond Wunderbar Ja... Dan Kaminski sagt immer gerne Data wants to lie to you and wants you to be wrong Ja, Daten wollen nicht anlügen Das haben viele noch nicht begriffen Dass ihr Data Lake eigentlich vorhat, sie in die Pfanne zu hauen Und, äh, das ist natürlich sehr wichtig, dass man dann, äh, sich trainiert Da drin, äh, die Verzerrung, die in den eigenen Daten drin sind Durch die Sensoren, die man da benutzt hat Durch die Daten, die man abgefragt hat Durch die, äh, Daten... Also durch die Datenquellen, die man hat, äh, zu erkennen Ja, und das ist sozusagen das komplette Gegenteil zu dem, was heute eher passiert Dass man Leuten sagt, in diesen Daten sind tolle Dinge drin Und die schauen dann auf das Rauschen so lange, bis sie irgendein Muster sehen Das ist so das Phänomen, dass so die Migration zu IPv6 ja so ein bisschen länger gedauert hat, als alle gedacht haben Ähm, und jetzt aber so, so ein bisschen so plötzlich stattfindet Weil die Geräte können jetzt zum Beispiel alle plötzlich vor 6 und machen halt auch so vor 6 Und dann guckt man so in so ein Netzwerk und sieht dann Leute da vor 6 Paket Und dann denkt sie, aber ich hab aber auch kein vor 6 und meine Firewall kann auch kein vor 6 Und mein Monitoring kann von vor 6 auch noch nie gehört und mein Router kann aber irgendwie schon vor 6 Und, ähm, genau, und deswegen denken wir das... So erst mal gibt's dann halt so das Berufsbild des IPv6 Exorzisten Der halt irgendwie versucht, IPv6 aus den Netzwerken auszuexorzieren Und der muss dann später umschulen, wenn vor 6 sich dann durchgesetzt hat auf IPv4 Exorzist Und, ähm, umhalten Ja Applaus 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 schlüssel und ähnliches und damit stellt sich ja dann die frage aber ob es auch die ganze zeit an ist oder ob es nur da ist aber nicht an oder nicht konfiguriert oder mit den falschen parametern oder nur manchmal an oder nur bestimmte verbindungen an oder ja oder nach dem software update wird sich wieder weg weil der parameter umgekippt ist oder so und und da wird es dann geben sicherlich genug software geben die dann versucht rauszukriegen ob das krypto noch an ist und wenn ja für wie viele so wir finden wir müssen mal jetzt was für die security tun so lange man solle und wir aufpassen und man muss sondern wir als gebildeter drucker und wir sind zwischen tastatur und schreibtisch stuhl die software ist halt einfach scheiße so und natürlich sollte jede software die ich betreibe heute in der lage sein damit so klar zu kommen dass der bringt welche daten an einer e-mail drin sind und dabei nicht um die ohren fliegen nicht mein computer kaputt machen und nicht dafür sorgen dass das auch verinstalliert wird das heißt diese predigt von wegen klicken sie mal nicht auf anhänger und seien sie ganz vorsichtig und wenn sie es doch tun dann sind sie selber schuld es ist alles winken blaming das geht gar nicht genau winken blaming da müssen wir aufhören wahrscheinlich wahrscheinlich sollten auch mit den gewerkschaften reden und den klar machen so pass auf immer auf jeden anhang klicken führt zu mehr tagesfreizeit so klarer fall von bis jetzt wir können können sie nicht mehr weitermachen wir müssen jetzt einfach mal die situation ein bisschen eskalieren beschwegen immer auf alle klicken zumindest in der firma ne makros ich glaube makros lassen wir mal außen vor makros ausschalten ist trotzdem eine gute idee ja das ist unser aufruf an euch und dann wünschen wir euch einen guten rutsch ins jahr 1984 wir sehen uns wieder nächstes jahr das heißt es war jetzt nur rückblick alles klar ja das war doch ein interessantes lustiges video kann man sich mal geben zwei nette herren hier die das präsentiert haben ich weiß natürlich toll wie ich gebildet und vorbereitet bin natürlich nicht den namen ja schaut einfach in den link in der beschreibung der erste link in der beschreibung ähm was eigentlich die letzte zeile der beschreibung ist ein bisschen verwirrend ähm und nicht zu verwechseln das mit der domain von diesem server aber ja schaut da mal vorbei und schaut auch mal bei security nightmares hex 14 vorbei auch bekannt als decimal decimal 20 wie wir jetzt hier in der folge gelernt haben die sind ja toll gebildet und meine schaufel ist fast kaputt Herr Jemini ähm genau was ist denn hier schon wieder los ok ich muss mich kurz mal irgendwo reingraben was kann ich kein vernünftiges Auto machen ok ha absolute ragequit an der stelle ähm von Suseto ja dann schaut doch mal hier auf diesem vanilla server vorbei wie man hier in f3 ganz oben links sieht vanilla server ähm wunderbar unmodifiziert und unmoderiert das sind zwei m worte die man äh vermeiden möchte ähm meiner meinung nach wenn ihr sie auch vermeiden möchtet dann kommt doch hier vorbei mhm auf sillyhuhn.com ähm oder alternativ auch die IP-Adresse 149.202.157.144 ähm aber findet sich natürlich auch beides zum convenient kopieren in der Beschreibung dann würde ich sagen das war doch mal eine tolle Folge mein erster Boatfly ähm in meinem Leben als Beifahrer hier von Lide dem Ultra-Hexor äh hier King of Laser-Gurpenland alrighty dann sehen wir uns in der nächsten wilden Folge vielleicht wieder mit Lidia am Start beides 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 Vielen Dank.